Der Raue Westen, wo Männer noch Rindviecher und Rindviecher noch ganze Männer sind. Diese Schaufel fliegt auf alles, was schneeweiß ist. Die Ich-AG von Knut und Guido startete mit großen Ambitionen. Und ohne Ausrüstung und Sachverstand. Mensch, du mach doch was! Und du bist aber auch! Und das am frühen Morgen. Müll von richtigen Komikern. Müllkutscher Otis ist angemessen ratlos. Was ist denn das hier? Ach nee. Wenn sie auch in unsere Sendung wollen, sollten sie am Waldrand wohnen. Aber ich bin so nehm. Was ist das! Ich habe so nehmt die Sendung. Ich bin so nehmt die Sendung. Aber ich bin so nehmt die Sendung.